Wenn Sie Audacity öffnen, erscheint die Standardoberfläche des Editors. In dieser klassischen Oberfläche gibt es hauptsächlich drei verschiedene Grautöne. Die Schrift ist schwarz, es wirkt etwas nüchtern und neutral. Wenn Sie das Erscheinungsbild ändern möchten, wählen Sie unter dem Menüpunkt Bearbeiten die Einstellung. Unter Oberfläche können Sie nun verschiedene Themen auswählen. Wenn Sie rechts auf das Dreieck klicken, werden Ihnen fünf unterschiedliche Themen zur Auswahl angeboten. Mir persönlich gefällt etwas mehr Kontrast. Aus diesem Grund habe ich mein Erscheinungsbild auf dunkel geändert. Diese Oberfläche setzt farblich noch mehr Akzente, was den Editor in meinen Augen viel übersichtlicher erscheinen lässt. Wenn Sie mehr über Audacity erfahren möchten, schauen Sie sich auch weitere Videos von uns an. Eine Gabrieheg Welchen liebia. KONNA Janelle oder xisiki